Und damit wieder mal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Varro bzw. Sword Wars. Ja, ihr fragt euch sicherlich, wieso es wieder eine neue Folge gibt. Vielleicht willst du das gerade mal nochmal kurz erklären, was passiert ist? Ja, und zwar folgendermaßen. Ihr habt ja gesehen, sicherlich gestern, der Server hat ganz schön geleckt. Und jetzt haben wir heute Mittag, also für uns Samstagmittag, haben wir eine E-Mail gekriegt, wo halt stand, dass die, die gestorben sind, sozusagen noch eine zweite Chance bekommen. Und es ist jetzt folgendermaßen, wir werden jetzt gleich rauf gehen auf den Server, wir werden dann am Spawn sein, weil da gab es irgendwie Probleme, also wir werden nicht an dem Standort sein, wo wir gestorben sind, sondern wir sind halt wieder am Spawn, haben aber trotzdem normal wieder 15 Minuten Aufnahmezeit, werden dann automatisch vom Server gekickt und so weiter und wir sind noch am Leben, das hier haupt. Genau, unser Elementar ist aber komplett leer, das heißt, wir müssen quasi von vorn anfangen. Ja, quasi, aber dafür sind wir noch dabei. Okay, gehen wir direkt auf den Server, würde ich sagen, oder? Ja, 3, 2, 1, jetzt. So. Ich bin drauf. Sollen welche Richtung wollen wir laufen? Wir waren das letzte Mal, wo sind wir denn gestern? Ja, das letzte Mal sind wir hier rüber gelaufen. Da waren wir dahinter, ne? Wo waren wir jetzt hin? Ja, vielleicht da rüber. Die Schutzzeit, ja, okay. Da ist ein schöner Wald, kann man sich gut verstecken. Haben wir gestern eigentlich auch gedacht und dann, dann waren wir ja eigentlich schon tot. Ja, wir haben aber letztes Mal überall, bei den Bäumen über einen Block weggehauen. Ja. Und dann haben wir ja gesehen, wo wir waren. Weißt du, was ich meine? Ich, ja. Wenn da ein Block gefiltert hat, irgendwie mitten im Baum, dann wissen die ja, dass wir da vorbeigelaufen sind. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen... Äh, brauchst du mir? Essen, ja. Ich war gerade nur ein bisschen hinten. Achso. Ich habe gerade noch ein Schwein getötet, weil... Ich konnte nicht mehr sprinten, weil ich weiß auch nicht, da bist du. Also meine Hungerleiste ist voll. Lass uns gleich mal ein bisschen Holz nochmal mit uns, wenigstens ein Schwert und sowas. Ja, gut. Nochmal machen wir so ganz schnell und dann gehen wir weg. Und dann gehen wir halt wirklich in den Untergrund, oder? Vielleicht finden wir auch eine Höhe oder so. Gut, deswegen, ich würde sagen, äh, wir machen uns ein Schwert jeweils und auf jeden Fall eine Spitzhacke, weil die brauchen wir da unten. Genau, macht ihr erst nochmal die Sachen und dann die Werkbank, die bauen wir dann ebenfalls ab und die nehmen wir dann auch mit. Äh, kannst du gerade mal gucken, wie viele Spieler denn noch da sind? Äh, mit uns beiden noch drei, wobei der eine ist mit, ähm, der ist Server-Admin. Okay. Also, das heißt, ich denke mal noch zwei ganz normale Spieler. Also ein Schwert habe ich dir auch gerade gemacht. Ich habe schon eins. Achso, ja gut, dann hast du zwei. Okay, weithändig. Egal, da habe ich zwei. Warte, die Werkbank nehme ich mal mit. Jetzt würde ich sagen, wir hauen schnell hier ab, oder? Ja. Dann, dann die Rufe. Oh, guck mal, da steht zum Beispiel eine Werkbank. Das ist nicht gut. Warte mal, die nehmen wir mal mit, damit es nicht auffällt. So, da vorne ist eine Kuh. Ja. Tötet ihr am besten und das Fleisch, das können wir ja später dann irgendwie im Ofen braten. Oh, gut. So, gut, die beiden werden gleich vom Server gekickt. Ja. Aber gleich nicht mehr. Ja, nimm das ganze Fleisch mit. Mal gucken, gibt der Hase. Der Hase gibt auch gar nichts, ne? Der Hase gibt gar nichts. So, da vorne sind aber noch ein paar Schweinchen. Ja, die holen wir uns noch. Und dann, lecker, lecker, Schnitzel, aber. Fehlen nur noch die Pommes. Das stimmt. So, wo sind denn noch Schweine? Wo hast du noch Schweine gesehen? Gerade gar keine mehr. Laufen einfach weiter. Ja. Okay, die beiden, die werden jetzt gleich gekickt vom Server. Die haben noch 30 Sekunden. Da hinten ist noch ein Schwein, sogar mehrere. Und da ist ein Skelett schon. Wir sollten jetzt echt mal zusehen, dass wir. Ja, nachts rumlaufen ist nicht so eine gute Idee. So, das heißt, wir gehen jetzt irgendwo nach unten. Äh, hier ist, hier ist eine Höhle. Da, okay, ja, dann los. Ja. Nur haben wir jetzt natürlich keine. Oh, das Skelett kommt. Ja, am besten wir gehen mal. Tötest du das? Ich versuch's. Okay, es ist tot, gut. Hast du? Okay, oh, da ist eine Spinne. Komm, spring einfach runter. Ja, und dann hier am besten rein. Wir können uns ja. Wir können die Kohle holen, die da hinten noch ist. Ja, erstmal die Spinne. Okay, warte. Und ich hol mal ein bisschen Komponenten, damit ich das Eisen abbauen kann. Ja. Hast du noch ein bisschen Holz übrig, weil dann kann ich uns. Äh, nee. Ich hab gar kein Holz mehr, außer einen Block. Oh, scheiße, da haben schon wieder ein paar den Server betreten. So, ich hab wenigstens schon mal vier. Ich hab da oben ein bisschen Holz holen. Fackeln. Weil wir brauchen ja dringend Fackeln. Ja, dann mach. Dann hol du Holz. Jetzt hab ich auch keine Schaufel. Super. Oh, jetzt kommen aber schon einige drauf. Ja, ich weiß. Deswegen. Deswegen. Ey, wir müssen gucken. Ich hab echt so ein bisschen Schiss gerade wieder. Nicht, dass das wieder so abläuft wie letztes Mal. Ja. Jetzt haben wir schon mal die zweite Chance. Und wir verkacken es trotzdem. Ich hab mich gerade so erschreckt. Das war ein Skelett. Ich dachte, das wäre ein Spieler. Boah. Ich werd schon paranoid hier. Am besten, äh, du sneakst. Das ist ganz wichtig hinterher. Wenn wir zum Beispiel nach unten gehen, in die Höhle, dass wir die meiste Zeit sneaken. Und wir sollten am Höhleneingang keine Fackeln setzen. Nee, das auf keinen Fall. Wir bauen hier nur die Hohle ab. Dann würd ich sagen, wir gehen ein bisschen rein in die Höhle. So, einen Hohle ich noch, dann soll das reichen. Ja. So, ich mach mir kurz mal. Boah, bin ich grad nervös. Okay. Gut. Euer Spitzer Kill. Baue ich mir schnell. Dann hole ich das Eisen. Und, äh, wo bist du? Ich bin direkt neben dir. Also, baue direkt mal den Crafting Table ab. Ja, mach ich. Den nehmen wir dann auch mit. Okay, das Eisen hab ich. Ja gut, da hinten sind noch zwei, genau. Sogar noch mehr. Zwei, drei. Oh, ist gut. Da ist echt noch viel Eisen. Okay. Ich, ich, ich baue mir gerade schon mal einen Stein. Nee, komm, wir gehen rein. Okay, gut. Warte, ich baue noch kurz die Werkbank ab. Äh, in welche Richtung müssen wir denn, wenn wir jetzt vom Spawn weg wollen? Hast du das gemerkt? Gute Frage, ich glaube, ich glaube, wir sind von da hinten gekommen. Also da, wo ich jetzt hingucke. Ich glaube, ich glaube, ja. Doch, ich, ich bin mir eigentlich sicher. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir da hinten. Naja, wir können ja vielleicht hier erstmal reingehen. Ja gut, gehen wir rein. Hier, hinter dir? Ach da. Hier, hinter dir? Darunter, oder? Ja. Wobei, hier geht's nicht weiter. Ah, das ist die falsche Richtung hier. Okay, da geht's runter. Ja, guck mal, dann kannst du ja hier, hier ist, ähm, Eisen ist aber hier oben, das kannst du abbauen. Und ich baue mal die Kohle hier ab. Und sobald wir halt ein bisschen haben, kannst du dir ja zum Beispiel schon mal einen Helm machen oder so, oder ein paar Schuhe. Also wir hätten jetzt 17 Eisen. Ja, ich hab 14 Kohle. Also wir könnten ja schon mal das bisschen vielleicht ein bisschen braten. Aber mir ist das, aber das ist mir hier noch ein bisschen zu riskant, weil wir sind noch ziemlich, ähm, ja. Welche Richtung? Ich meine, wir können uns hier mal ein bisschen nach, ja, oh, hier ist die Spinne irgendwo in der Nähe. Hab ich gerade gehört. Wir können doch die Koordinaten angucken, oder? Ja, aber du darfst es, aber du darfst dann halt nicht vergessen, das hinterher beim Schneiden. Ja, stimmt. Naja, das ist dann auch blöd, das darfst du nicht vergessen, sondern ansonsten... Aber wir sollten halt echt wissen, in welche Richtung wir jetzt graben müssen. Die Aufnahmezeit, achso, ne, nicht von uns. Ja, gut, ne, ich würde sagen, da wo ich jetzt gerade hinschaue, da hinten ist der Spawn. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da hinten der Spawn ist. Ich glaube, der ist da hinten, also wo ich jetzt gerade hingucke. Das heißt, wir bauen uns... Hier rüber. Ja, gut. Aber wir sollten auch weiter nach unten gehen. Ja, warte, wir... Ich gebe dir gerade mal meine Steinspitzhacke, dann kannst du schneller graben. Gut, dann hier, dann nimm die Holzspitzhacke, dann baue ich mal hier schon nach unten. Und ich setze mal so nach ein paar Blöcken eine Fackel, nicht dass irgendwelche... Ich baue da mal ein bisschen Erde davor, damit die den Eingang nicht sehen. Hast du? Ah, gut, sehr gut. So, die Fackel kommt dann... Ne, die lasse ich mal da, oder? Ja. Einfach ein bisschen Erde dahin. Du kannst ja... Ja, genau, du kannst ja ganz kurz da lassen und dann, wenn wir ein bisschen Warte unten sind, dann werde ich die nächste Fackel setzen. Hast du noch genug Essen dabei? Ne, ich habe überhaupt nichts mehr. Also ich habe... Ja, meins reicht noch für uns beide, glaube ich. Okay. Und deswegen ist auch die ganze Zeit am besten versuchen zu sneaken. Nicht, dass irgendeiner hier bei uns in der Nähe ist und dann... Ha! Warte mal, so. Nächste Fackel. Hm. Ich finde auch aber gar keine Kohle. Wenn was ist, bitte im Discord melden. Oh. Oh, Wasser. Oh, Wasser, warte. Ich baue kurz zu, warte. Wir müssen in die Richtung, also nach links. Ja, warte, dann... Ich baue hier mal weiter. Oh, hier ist noch ein bisschen Kohle. Okay, sehr gut. Ich baue das mal ganz hier ab. Ja, baue den Gang weiter, ich hole die Kohle. Ja. Okay. Warte mal, so. Hast du noch eine Steinspitzhacke, weil meine ist gleich... Hm, nein. Ich kann aber eine kraften, da ich... Ja, mach das mal. Hast du noch eine Werkbank? Nee. Ich habe aber noch Holz. Warte, hier. Oh, hier ist irgendwo ein bisschen Lava, ich... Lava ist ja eigentlich ganz gut, die könnten wir in den Eimer packen und dann... Ja, erstens das und zweitens sind da auch irgendwo Dias in der Nähe, also... Habe ich mal gehört, dass in der Nähe von... Ja, aber weiter unten, ich meine, wir sind noch viel zu hoch, denke ich mal. Ja, wir graben uns mal ein bisschen nach unten. So. Ah, dieses... Ganze Theoretis... So, warte, ich... Machen wir nochmal ein paar Fackeln. So, warte, deine Spitzsacke. Oh ja, perfekt. Hat den Server betreten. Oh nein. Aber es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass die uns jetzt finden hier. Ja, ich glaube, das wäre... Wobei es noch unwahrscheinlich war, dass die uns letztes Mal gefunden haben. Ja, das Gleiche, das habe ich zum Beispiel... Die Schutzzeit, ach so, die Schutzzeit. Ja, das Gleiche, das habe ich zum Beispiel auch bei der Folge gestern gedacht. Also, von wegen, ah, wir sind bestimmt weit genug weggelaufen, dass... Die werden uns schon nicht finden und dann, zack... Dann waren sie plötzlich da. Oh, Spitzhacker. Jetzt, hier. Baust du dann wieder nach rechts rum? Rechts rum, okay. Mach ich ab hier. Oh, hier ist noch ein bisschen Kohle. Skelett, ja. Ey, du kannst mir mal ein bisschen Stein geben, wenn du was hast, dann baue ich einen Ofen. Ja, warte. Oh, ich habe hier einen 64er-Stack. Okay, ja, danke. Und einen 60er-Stack. Wo ist denn das ganze Eisen? Ich habe das Gefühl, wir haben nur Stein und nur Kohle. Irgendwie, also ich weiß nicht. Na, 17 Eisen. Oh, wir haben nur noch... Drei Minuten haben wir nur noch. Drei Minuten, ja, sollten wir... Genau, dann versuchen wir noch die ganzen Sachen da zu braten, dann bauen wir die ganzen Sachen ab. Wir machen die Fackeln auch weg und dann können wir uns da irgendwo so kurz zum Schluss reingraben. Und dann sneaken und dann werden wir hoffentlich, so wie es der Server will, gekippt. Ich finde hier aber nichts. Ich mache mal kurz ein bisschen... Ja, ich glaube, wir sind immer noch viel zu hoch. Also für Diamanten und so weiter, auf jeden Fall. Ja, ich habe nichts gefunden. Ich... Ich grabe nicht ab, weil hier war da... Oh, ich habe Eisen gefunden. Ah, sehr gut. Ein bisschen. Mal gucken, wie viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hast du dann jetzt noch Zeit für eine Folge oder musst du dann weg? Ich muss dann leider weg. Ach so. Ich muss dann leider weg. Ansonsten sehr gerne, aber ich muss dann leider weg. So, hier habe ich noch ein bisschen Eisen. Warte mal. Ja, steckst direkt in den Ofen rein. Ja, Moment. So, ich meine schon ein bisschen, dass wir uns schon mal ein bisschen... ...was machen können, Ausrüstung und so weiter. Ich hole mir mal das ganze Fleisch da raus, ja? Am besten mache ich erst mal hier. Ich habe eh noch ein paar Hühnchen und so weiter. Okay, aber am besten die ganze Zeit sneaken. Nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt. Irgendwo ist hier auch noch Wasser. Ja, ich... Ja, ich höre ganz leise Lava und auch Skelette irgendwie. Ja, das gelandet habe ich auch gehört vorhin. Ganz vereins, aber wir brauchen auch ein bisschen... Ach so, ein bisschen Fleisch haben wir ja, ne? Hast du gesagt, weil das Fleisch haben wir noch... Warte mal. Also im Ofen ist jetzt nichts mehr. Ich habe noch fünf im Inventar. Ja, ich habe noch fünf im Inventar auch. Und noch zwei, äh ja, ich meine... ...drei Rohs Schweinefleisch habe ich. So, warte mal. Eine Minute. Ich hole mir mal das ganze Eisen, dass wir das auf jeden Fall schon mal sicher haben. So, und dann würde ich sagen, wir bauen da hinten gleich die Fackeln mal ab. Also ich baue die hier schon mal ab und baue dann hier mal zu. Ähm, hier. Und dann, warte mal. Wir bauen uns mal dann hier rein, wir beide. Komm mal her. So, dann machen wir hier hinten einmal eine Fackel ran, dass wir nicht irgendwie gleich, wenn wir dann wieder gespawnt werden... 30 Sekunden noch. Ja, warte mal. Ich hole mir mal die ganzen Sachen hier hinten raus und mache das dann in der nächsten Folge. Nicht, dass die ganzen Sachen dann plötzlich verschwinden. Warte, ich baue noch ganz schnell hier ab und dann komme ich zu dir rein. Ich glaube ein paar Sekunden noch und dann war es das für uns. Ja, 10. Zehn Sekunden, Achtung. Warte. So, ich baue hier nochmal zu und dann am besten die ganze Zeit... Also wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.